Hey, und willkommen zurück zu einer Runde Badwars mit dem unvergleichlichen, königlichen Mr. Moor. Ja, wir spielen heute die Map Castle. Das sind mal zwei ja mal, aber ich bin ja mal riesig. Ja, das ist geil. Hoffentlich werden wir hier gewinnen, denn, ähm, hey. Ich hoffe, du nimmst ein Vollbild auf. Ich ne, ne. Ich hab extra für dich die schwarzen Streifen jetzt noch drin gelassen. Das finde ich nett. Das ist echt geil. Ich meine, das ist, guckt sie euch an, oben und unten. Richtig schöne Streifen. Das ist halt, das haben halt die richtigen Minecraft Pros. Ja, das haben die richtigen Profis und da wir ja Profis sind jetzt, ich meine, ne? Ich bin automatisch Profi jetzt, wo du dabei bist. Also. Das ist noch ein Gold für mich, ja, ja. Hallo, da ist ein Grüner. Boah, gib ihn. Ich kann nicht. Ja, steht da. Ich hab ihn gegeben. Ich hab ihn gegeben. Hast du ihm gegeben? Gib ihm mehr. Los, wir gehen zu grün. Wir gehen zu grün. Das ist echt zu viel Hype. Hier geht's runter. Treppe. Los, los, wir brauchen das Bett, Mann. Wir brauchen das Bett. Ich geh das Bett holen. Ich bin zu weit weg. Ich hab, glaub ich, nicht genug. Doch, ich hab genug Blöcke. Ich habe das Bett. Ich glaub, ich hab beide abgestaubt jetzt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben uns, wir haben uns... Jeder hat einen bekommen. Jeder hat einen bekommen. Da kommt noch so ein Blauer. Nehmen wir den noch mit, oder was? Aber erst mal das Gold, das Gold. Ich hab den Blauen einfach runtergeschossen, ja. Du hast ihn einfach runtergeschossen? So, ja. Einfach so. Du hast einen Bogen? Wo hast du denn den? Ich hab schon geklappt, Mann. Nice. Der ist überhaupt noch nicht da. Das heißt, komm! Zu Blau! Zu Blau! Was hast du denn? Du hast Blöcke. Okay. Blau ist hinter dir. Pass bloß auf, Mann. Ah! 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 Das läuft doch wie geschmiert hier. Das läuft doch... Mann, die haben echt überhaupt nichts zu lachen. Ich hab keine Blöcke mehr. Du musst dich jetzt hochbauen, glaub ich. Ah. Gut gemacht! Das andere ist so ein bisschen brain-up. Nein! Oh Gott! Nein! Was ist passiert? Ich glaub, das weiß keiner von uns. Das weiß niemand von uns. Ich bin einfach runtergefallen. Das war das Ende dieser Story. Na gut, ich komm hinterher. Ich mach nochmal von vorne, weißt du? Ich zieh mich wieder an und dann geht's weiter. Ich hab zu viele... Nein, ich bin tot! Du bist tot? Hast du jetzt absichtlich gemacht, oder? Damit ich auch nochmal was sehen kann. Ja, für die Spannung. Okay, gut dann. Halten wir die Spannung aufrecht. Willst du ein bisschen Eisen? Ich hab ganz viel Eisen. Ah, nice. Ja, du benutzt doch erstmal für dich das Eisen, weißt du? Nee, ich dropp dir das jetzt. Zwölf Eisen liegen zu deinen Füßen. Ich hoffe... Ich habe mir sehr viele böse Dinger einstellen. Du benutzt sie. Hast du Spaß damit? Ich benutze so vieles im Leben. Du benutzt so vieles. Guck mal, was die Gelben machen. Die bauen ihr Bett richtig schön ein. Richtig Profimäßig. Die wissen eigentlich, dass sie das nicht bringen. Ja, das bringt nämlich gar nichts. Die sammeln nämlich... Ist sie schon in der Mitte? Ja, ich bin in der Mitte. Ich habe... Oh, nice. Das gesamte Gold. 15 Gold. Was machen wir damit? Willst du es haben? Ich bin damit nicht... Guck mal hier. Du kannst damit Bögen und so kaufen. Okay, ich baue... Dann kommt schon wieder der böse Blaue. Komm mit, wir gehen wieder zu Blau. Bäm! Okay, warte. Schäme gegeben. Warte, ich sammle noch mehr Gold ein, damit ich... ...noch mehr Gold verlieren kann, wenn ich runterfalle. Bin da. Warte. Warte. Uh. Okay, da bin ich. Guck mal, wie ich mich über ihn baue. Er hat keine Möglichkeit. Der Arme-Junge-Einner. Keine Möglichkeiten. Er baut sich jetzt selbst hoch, aber das wird ihm nichts bringen, denn er ist... ...des Todes, er ist des Todes. Pass auf. Und Schälle. Und Schälle. Du machst das echt gut, man. Oh! Oh mein Gott! Bist du noch am Leben? Ja. Na! Ich hab mich tot. Gut gemacht, gut gemacht. Und Schälle. Ach, shit. Ich wollte ihm auch eine Schälle geben. Warte, ich gehe da hoch. Ich gehe da hoch. Er hat mir eine Schälle gegeben. Ich werde... So, ich... ...hol mal den anderen immer runter, während du den anderen jetzt irgendwie belächtigst. Ja, er ist auch tot. Ich krieg's hier runter, okay? Einfach runterhauen. Ich hau's hier die ganze Zeit runter, Mann. Easy. Tschüssi. Es funktioniert. Wir haben... Wir haben... Wir haben geklärt, ne? Wir haben geklärt. Hol dir doch vieles Gold jetzt Sachen. Ja, stimmt. Genau, ich hab ja Gold. Hol dir doch einen Dreierbogen. Der hat mit Rückstoßen und so. Oder hol dir ein Schwert. Du kriegst hier einen Schwert, einen Bogen und eine Spitzhacke. Oh Gott, einen Schwert, einen Bogen und eine Spitzhacke? Ja, du hast recht. Tatsächlich, Mann. Woher weißt du das? Mit einer Preise im Kopf, Mann. Verdammt. Und woher wusstest du, dass ich genauso viel Gold habe? Das ist gruselig. Das ist gruselig. So, warte, ich komme. Ich komme. Oh, warte. Ganz knapp, Alter. Oh mein Gott. Was ist mit dem anderen passiert? Er ist irgendwie erschrocken, Mann. Was war das denn? Da dachte sie so, Alter, der erschoss. Und hat sich dann wahrscheinlich erschrocken. Ja, und dann hast du die für einen Bogen geholt. Den Dreier? Den Dreier, ja. Der hat nämlich, der hat nämlich group knockbacked. Der sind alle auf einmal tot. So, gell. Gut gemacht. So, ich muss kurz mal ein bisschen regeneraten, denn ich bin voll aus der Puste. Ich renne. Ich renne. Du rennst. Du rennst wie nix. Du bist der Runner. Oh Gott. Ich bin tot. Wieso bist du tot? Ja, er hat mir einen Punch gegeben. Ich bin richtig geflogen. Okay, gut. Ich geh sie jetzt holen, ja? Ja, du musst nur das Bett holen. Dann bist du der Boss. Du musst das Bett holen. Nein, 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 nein. Okay, mein Scheiß drauf. Ich brauche dich jetzt kaputt, Junge. So, die gehen jetzt irgendwie. Okay, der ist runtergefallen. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Die Frau geht Richtung Mitte. Ich renne gerade selber in die Mitte. Ich werde sie abfangen. Okay, fangen sie ab. Fang sie ab und töte sie. Ich glaube, sie ist wieder runtergefallen, das eigene Ding ist. Wo ist denn das Bett? Wo ist denn das Bett? Wo ist denn das Bett? Ich finde das Bett nicht. Da ist das Bett. Da muss ich runter spielen. Ich muss nur weg, Pumms. War die Frau, ja? Ich habe es der Frau gegeben. Der andere ist da hinten. Guck mal. Oh, jetzt rennt er auch noch weg, Mann. Bleib doch stehen, Junge. Ich dachte, dass wenn die Opfer sich noch wehren. Diese blöden Opfer. Haha, Opfer. Opfer. Opfer, haha. Wir sind ganz schön unsympathisch, muss ich sagen. Aber hey, das war ein klasse Sieg, oder? Ja, wir haben es locker gerult hier, ja? Wir haben es gerult und gerockt und ich würde sagen, wir können noch eine Runde machen, oder? Wir können noch eine Runde machen. Können wir probieren, ja. Okay, dann. Runde Nummer 2. Runde Nummer 2. Runde Nummer Nummer 3. Irgendwie, weißt du, manchmal hackt es mit der Sprache und dann muss ich alles normal einsprechen, weil... Das ist ja auch peinlich, ne? Ihr müsst wissen, wenn ich mit diesen aufnehme, er hat mir vorher seinen Script geschickt. wie die Runden zu laufen haben. Gleich in drei Minuten müsste ich so tun, dass ich schon allein runterfalle. Genau. Ja, das ist einfach nur so vorgesehen, denn so ist es spannend und gut, weißt du? Ich habe ihm gesagt, wir brauchen kein Script, aber er meinte doch. Das ist halt, er hatte halt noch so ein Syndrom. YouTube ist scripted, immer. Und das weiß man auch. Ich dachte, du weißt das. Du hast halt noch diese, du hast halt so eine Nachwirkung von dem Royplay-Projekt. Ja, weil das ja auch alles total gescriptet war, die ganze Zeit, ne? Alles. Ja. Mann, das war knallhart, das war richtig wie so Schauspieler-Business, weißt du? Man hatte keine Freiheiten, die kommen zu uns. Loll, geh mal weg, Alter. Ich habe da mal mit ein bisschen Eisen hingeworfen. Kannst du es aufnehmen? Kannst du damit irgendwas tun? Ist das cool für dich? Ich gehe in die Mitte, okay. Ich muss Eisen. Keine Ahnung, ich gehe mal mit in die Mitte. Der hat einen Stock, Mann. Ach. Mist, ich will ihm nicht hinterherlaufen. Ich habe ihm einen Schuss gegeben mit meinem Bogen, Mann. Mit deinem Bogen. Uh. Ich dachte, ich treffe den, aber war nicht so. Wir müssen zu irgendeiner Farbe. Komm, wir gehen zu blau. Wir gehen zu blau, sagst du? Okay, gehen wir zu blau. Oh, nicht hoch. Dann stören wir vor. Wir geben ihm aber vorher jetzt den Warnschuss. Okay, warte. Ich gehe vor und opfere alles, was ich habe. Nein, das gibt es doch nicht. Ein blöder, blöder, verdammter Hit. Ach. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Kriegst du es geregelt? Aber ich kriege es noch nicht geregelt. Kriegst du es nicht geregelt? Was? Kommen sie zu uns? Nee. Gut, ich hole mir auf jeden Fall Equipment und so. Ich hole mir Equipment und Blöcke und was zu essen vielleicht. Ich habe mir keine Blöcke geholt, aber jetzt. Oh, du wirst diese zwei Typen, die fallen einfach nicht runter, Mann. Die fallen nicht runter? Was ist los mit denen? So, ich komme in die Mitte. Die Gelben haben wahrscheinlich schon richtig gut Gold, ne? Um das mal so zu sagen. Ach. Es ist geschafft. Du hast es geschafft. Du bist der Gottmeister. Oh, ich lebe noch. Lebst noch? Gut, gut, gut. Du lebst noch? Wie zur Hölle? Hast du beide umgebracht? Nee. Ja. Alle umgebracht. Alle Menschen. Tschüssi, verlebt. Irgendeine Farbe hat übrigens, ähm, Bohon. Ich glaube, das war gelb. Gelb hatten? Ja, die waren oft in der Mitte und haben ordentlich geschnitten. Achso, rot ist es alleine, ne? Du könntest dein Bett holen. Rot ist es alleine? Aber ich trau mich nicht, Mann. Ich trau mich nicht. Ich versuch's mal. Warte. Ich versuche es mal. Ja, der hat wirklich alles eingebaut, ja, ne? Alles hat er eingebaut. Ich komme zu dir. Okay, warte mal. Der werdet sich ja gar nicht. Er geht in die Mitte. Er geht in die Mitte. Und er ist tot. Ich hab ihn bekommen. Böse, die Gelben haben, Bögen. Ich hab sieben Gold. Was hältst du denn davon? Oh, pass auf, ich hab noch zwei Herzen. Das halte ich davon. Okay, hast du was zu essen? Nice. Okay, ich hab den Gelben mit dem Bogen. Okay, gehen wir hin. Wenn wir jetzt zu den Gelben durchwaschen, könnten wir den erwischen. Okay, ich bin genau in dir drin, Mann. Das ist super intim jetzt. Ha, das ist der Witz des Tages hier. Was führt denn? Der geht einfach runter. Was sollte das denn gerade? Du kriegst den Grill trotzdem. Krieg ich ihn? Weil du den vorher angehauen hast. Gut, wir haben gewonnen. Was? Wir haben gewonnen. Meine Güte. Ich hab drei Hits gemacht. Und du? Ich hab zwei Kills gemacht. Und zwei Betten geholt. Zusammen sind das fünf. Wow, wir haben fünf Kills gemacht. Das sind alle Gegner. Wir haben alle Gegner gewonnen. Wir haben alle Gegner umgebracht. Alle Gegner. Toll. Das sind vier Minuten, Alter. Gut, das sind... Ja, wir sind jetzt auch eigentlich relativ gut dabei. Und fertig mit dieser Episode. Also... Und Leute, das war geil, oder? Das war richtig geil. Also, da fällt mir nichts zu ein. Außer, wow. Das ist... Außer, wow. Außer, wow, Mann. Ich will das jetzt immer so haben, weißt du? Zwei Runden spielen und zwei Runden gewinnen, Mann. Das ist doch total easy. Ich weiß gar nicht, warum ich das sonst nicht so mache. Du verstehst geil, was du hast. Keine Ahnung, gut. Auf jeden Fall... Aber bei dir haben wir auch nur gewonnen, Huss. Ja, wir haben bei dir auch nur gewonnen. Wir haben sogar drei Runden. Ne, einen haben wir nicht gewonnen. Ah, pscht. Warte mal, wir haben... Warte mal doch, wir haben alle gewonnen. Alle gewonnen, Mann. Alle gewonnen, alle gewonnen, ja. Gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende. Jo. Und ich würde sagen, schaut doch mal beim Mr. Moor vorbei, ne? Das ist... Also, warum hast du nicht vorbeigeschaut bisher, ganz ehrlich? Ich gucke immer auf vorbei, Mann. Ja, immer vorbeigucken, Mann. Immer gucken mit den Augen und so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder. Haut rein, Leute, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.